Der Wind lebt wie ich, kennt auch gut, das Gefühl, wenn man treibt mit der Flut. Rings um Meer und Wind, um die Wellen sind, weiße Wände aus Glas um mich hin. Und sollte eine Frau ins Wasser fallen? Und sollte eine Frau ins Wasser fallen? Ich bin ja schon bestens vorbereitet für die Kahnacht am 19.08. in Lücken. Ich hoffe, Uschi kann bis dahin ihren Text. Wir sehen uns.